Herzlich Willkommen zu einem, ich weiß nicht, Mini Case Opening oder so, ich habe hier vier von den Keys, einen so einen Revolver Key und einen kann ich mir noch kaufen, theoretisch, ich weiß nicht, ich könnte auch rein theoretisch noch diese Gamma Dingens Scheiße hier öffnen, aber man guckt euch diesen Müll an, der hier drin ist, es ist halt, es ist Müll, es ist Müll, außer, naja, wobei, die finde ich cool, die, 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 die Royal Cage Farmers, ja, aber sonst ist das, äh, Na gut, fangen wir an, so, richtig crazy durchrattern tut es jetzt, und es ist Müll, Fuba, das sieht, okay, es sieht eigentlich ganz okay aus, aber man weiß nicht, und eine neue, sorry, und was gibt es nun, na, ist die Oceane crazy shit, Alles klar, niemand braucht das Ding, das machen wir jetzt so, oh komm, ich habe nur zwei Kisten auch davon, ich habe die voll dich gekauft, ich habe einfach nur ein paar Schüsse gekauft, und das war's, wo, aber auch, wow, alles klar, nochmal die komische Schrotze da, und doch der letzte Key von den Gamma Dingern da, und nochmal die Oceane, Da haben wir richtig Premium Stuff rausgezogen, heilige Scheiß, ist das geil, so, wir möchten gerne, das ist eine Revolver für dich nehmen, die Paul Paladin ist hässlich, das ist hässlich, das ist hässlich, die AK ist hässlich, das Ding ist okay, das ist auch ganz okay, das ist hässlich, das ist hässlich, 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 das ist alles scheiße aus, naja, whatever, ja, whatever wäre es ganz gut, oder? Messer, Messer wäre ich am liebsten nahe, aber es ist pinkes, yeah, Corinthian, so eine komische behinderte Diegel, die sieht eigentlich geil aus, wenn die, wenn die ein bisschen höher von der Qualität wäre, also lila oder so, aber ich habe halt meine, die ganze Case hier, Okay, das, die Kiste ist echt hart, hart jetzt, ähm, ja, so, dann, das würde ich nehmen, das würde ich nehmen, das Ding sieht aus wie, keine Ahnung, draufgekackt oder so, Für und Jacks Attack 9 würde ich auf jeden Fall nehmen, die MP9-R-Docs sieht auch ziemlich ganz, sieht auch ganz okay aus, finde ich, na auch gut, ist mir egal, die spiele ich nie, Autostarbe spiele ich nie, die Weasel-Glocke ist ganz cool, Rest ist Müll, ja, die UMP, weiß ich nicht, da war schon was lilanes, oder pinkes, Da war die Weasel, und ich kriege Dazzle, Dazzle, was ist ein Müll, ach du heisige Scheiße, was ist das denn, Das sieht aus, als wenn man irgendwie irgendwo eine Farbe gestrichen hätte und da mit dem Autoreifen drüber gefahren wäre und dann so die Spuren entstanden wären, Naja Leute, wie ihr seht, seht ihr nix, also nix tolles, es ist ja nur Müll, ja, wie immer, Hätte mal ein episches Loadout, äh, die mag ich, hier ist ziemlich viel blau, Ansonsten, hier ist nochmal eine geile AK, mit immerhin 2325 Hills, ach guck mal, ich hab sogar eine Auge, Die hab ich aus der Kiste bekommen, die ebenfalls, Joa, hier falls mir irgendeiner meinen Knife sehen wollte, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, Da seht ihr es, Knights of Ren, so hab ich mir das damals gekauft, Weil ich hatte damals mal einen Karambit Damaskus oder so, Damaskus-Stil oder irgendwie sowas, und das hab ich halt verkauft für teuer Geld und hab mir dann für weniger teuer Geld das geholt, Joa, naja, Dann sag ich mal, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaui!